In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ein Musik-Widget auf euren Homescreen hinzufügen könnt, über welches ihr die Musik auch tatsächlich steuern könnt. Viel Spaß! Seit iOS 14 gibt es die Widgets, welche ihr euch auf euren Homescreen hinzufügen könnt. Und in dieser Widget-Galerie hier, da gibt es auch ein offizielles Musik-Widget von Apple. Leider jedoch kann man über dieses Apple Music-Widget die Musik gar nicht wirklich steuern. Das heißt, man kann kein Lied vorspringen oder zurückspringen oder auch einfach die Lied-Wiedergabe pausieren oder wieder starten. Denn ihr seht, selbst in den größeren Formaten dieses Widgets habt ihr hier einfach nur eine Anzeige des gerade abgespielten Songs inklusive des Covers. Ich zeige euch jetzt aber ein neues Musik-Widget, mit dem ihr genau das machen könnt, nämlich eure Musik auch wirklich steuern. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Widget, welches Widget-Pod heißt. Den direkten Link dazu findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die App könnt ihr kostenlos über den App Store herunterladen und mit Apple Music könnt ihr sie auch zunächst kostenlos verbinden und nutzen. Wenn ihr allerdings andere Dienste, wie zum Beispiel Spotify nutzen wollt und vor allem, wenn ihr die Musiksteuerung aktivieren wollt, dann müsst ihr einmalig die Pro-Version aktivieren. Diese kostet einmalig 2,29 Euro und danach habt ihr einen Leben lang vollen Zugriff auf alle Funktionen dieser App und ich finde, das ist ein fairer Preis. Besonders, wenn ihr viel Musik auf eurem iPhone hört, dann lohnt sich der einmalige Kauf dieses Widget absolut, da ihr so eure Musik auch direkt über ein Widget auf eurem Homescreen steuern könnt. Denn ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, die Musik zu starten, die Musik zu pausieren und ihr könnt halt hier auch zwischen verschiedenen Liedern vor- und zurückspringen. Und ich zeige euch jetzt, wie einfach das Ganze funktioniert und einzurichten ist. Wenn ihr die Widget-Pod-App heruntergeladen habt und dann zum ersten Mal startet, dann erscheint hier ein solcher Bildschirm, der euch nochmal eine Übersicht gibt, was die App alles kann. Und im zweiten Schritt, wenn wir hier auf Continue tippen, dann müssen wir jetzt hier einmal den Musik-Player verbinden. Ihr seht, wie gesagt, kann ich Apple Music kostenlos verbinden. Dafür tippe ich hier einfach drauf und dann muss ich der App einmal Zugriff auf meine Apple Music Datenbank geben, indem ich hier einfach auf OK tippe. Und das war es schon. Jetzt tippe ich hier auf Continue und dann komme ich hier zu diesem Startbildschirm der App. Damit ihr den vollen Funktionsumfang der App nutzen könnt, müsst ihr wie gesagt einmal hier oben in den Einstellungen und dann unter Widget-Pod Pro die Pro-Version dieser App aktivieren. Für 2,29 Euro. Wie gesagt, ich finde, das ist ein fairer Preis. Und danach habt ihr hier die vollen Möglichkeiten. Um jetzt ein Widget anzulegen, müsst ihr einmal hier oben auf das Plus tippen und dann habt ihr die Auswahl zwischen Small und Medium. Allerdings bietet nur Medium später auch die Möglichkeit, hier diese Steuerelemente anzuzeigen. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze optisch ein bisschen anzupassen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ob ihr ein Light Theme oder ein Dark Theme aktivieren wollt oder ob dieser sich abhängig vom System einstellen soll. Das heißt, wenn sich auf eurem iPhone der Dark Mode aktiviert, wird das hier automatisch in der App auch passieren und umgekehrt. Das macht, denke ich, am meisten Sinn. Außerdem könnt ihr hier noch verschiedene Farben auswählen. Ihr könnt auch sagen, was passieren soll, wenn man das Widget antippt. Zum Beispiel, dass ihr hier in diese Einstellungsseite kommt. Oder was ich euch empfehlen würde, ist hier Open Full Player auszuwählen. Denn dann öffnet ihr durch Tippen hier auf das Widget einen großen Player, ähnlich wie Apple Music. Außerdem könnt ihr dann hier noch verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass diese Musiknote hier oben rechts verschwindet. Dass hier die Playback Controls ein- und ausgeblendet werden. Wir wollen diese ja nutzen. Und hier könnt ihr jetzt sagen, ob ihr das Cover Art anzeigen wollt. Ob das in dieser kleineren Größe oder ganz groß sein soll. Ich nehme mal hier Default. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, ob sich der Hintergrund am Cover orientieren soll. Indem ihr hier Blurred Artwork auswählt. Oder ihr könnt selber eine Farbe auswählen, die dann hier im Hintergrund immer sein soll. Oder ihr könntet halt eben auch hier ein Bild auswählen, wenn ihr das wolltet. Ich finde hier dieses Blurred Artwork am schönsten. Weil dann passt sich das immer hier so ein bisschen dem Cover Art an. Außerdem könnt ihr hier unten noch auswählen, welche Informationen angezeigt werden sollen. Ob der Titel des Liedes angezeigt werden soll. Ob der Künstlername angezeigt werden soll oder nicht. Genauso wie der Album Titel, den ihr hier anzeigen und ausblenden könnt. Und wenn ihr das Widget fertig konfiguriert habt, dann könnt ihr das einfach so hier nach unten wischen. Und dann seht ihr das hier in der kleinen Vorschau. Und jetzt seid ihr hier in der App WidgetPod auch erstmal fertig. Jetzt müsst ihr auf den Home-Bildschirm wechseln, wo ihr das Widget einbauen wollt. Und durch längeres Drücken auf eine leere Stelle aktiviert ihr hier diesen Bearbeitungsmodus. Und wenn ihr dann hier oben links oder auch ältere Modelle oben rechts auf das Plus tippt, gelangt ihr hier zu dieser Widget-Galerie. Und könnt dann hier durch tippen auf WidgetPod das eben erstellte Medium Widget hier auswählen. Und tippt dann einfach auf Widget hinzufügen. Jetzt müsst ihr noch einmal hier drauf tippen. Und unter Setup geht ihr auf Auswählen. Und wählt dann das eben erstellte Medium Widget aus. Tippt hier in den leeren Bereich. Und könnt dann hier auf Fertig tippen. Und jetzt seht ihr, haben wir hier oben dieses Music Player Widget hinzugefügt. Und jetzt seht ihr, kann ich hier einfach die Musikwiedergabe im Widget direkt starten. Ich kann die Musikwiedergabe pausieren. Oder ich kann halt auch entsprechend ein Lied nach vorne oder auch Lieder nach hinten springen, indem ich einfach vor und zurück tippe. Also ihr habt hier die volle, normale Musikkontrolle über dieses Widget direkt. Eben habe ich auch eingestellt, dass wenn ich dann auf das Widget einmal drauf tippe, sich hier dieser große Player öffnet. Der sieht dann ähnlich aus wie Apple Music. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit dann vorzuspulen, indem ihr hier das Ganze bewegt. Oder ihr könnt ja auch die Lautstärke direkt hoch und runter stellen. Falls bei euch das Widget auch so immer kurz aufspringt, wie ihr das hier bei mir seht, dann liegt das daran, dass Apple eigentlich für Widgets es nicht erlaubt, dass diese sich in Echtzeit aktualisieren. Und somit eigentlich auch nicht für so einen Music Player geeignet werden. Der Entwickler der App hat das aber ganz raffiniert umgangen, indem er immer ganz kurz die App öffnet und dann wieder ausblendet. Und das ist halt das, was ihr hier immer so ganz kurz seht. Allerdings könnt ihr dieses Verhalten auch abstellen, indem ihr einmal auf die Einstellungen geht, dann auf die Bedienungshilfen und dann hier auf den Menüpunkt Bewegung. Und wenn ihr jetzt hier die Option Bewegung reduzieren einschaltet, dann werdet ihr sehen, dass dieses Hin- und Herspringen bei dem Widget nicht mehr passiert. Wenn ich jetzt hier einfach mal vortippe, seht ihr, wechselt das alles hier in diesem Widget, ohne dass da groß etwas hin und her springt. Man sieht ab und zu nochmal kurz etwas aufblitzen manchmal. Aber ansonsten verhält sich das hier wirklich wie ein schöner Music Player, indem ihr die Musik steuern könnt. Ihr könnt hier wie gesagt Start-Stop drücken, vor- und zurückspulen und habt ihr ein vollwertiges Music Player Widget für euer iOS 14. In den Haupteinstellungen der App habt ihr dann übrigens auch noch weitere Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Hier könnt ihr auch das App-Icon an sich anpassen oder ihr könnt hier die iCloud-Synchronisation aktivieren. Und genauso könnt ihr hier zum Beispiel auch Spotify verbinden, wenn ihr Spotify über dieses Musik Widget nutzen wollt. Spielt also einfach mal mit diesem Widget-Pod herum. Ich finde der Preis von 2,29 Euro lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr erhaltet danach wirklich hier ein vollwertiges Widget, über das ihr eure Musik direkt auf eurem Homescreen steuern könnt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten gleich hier unter dem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein iPhone-Tricks-Video von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.